Bei Molking erschienen in der Merry Christmas Serie ist Christmas House mit der Set Nr. 16 011 mit 3693 Teilen. Das Sky Castle erschien bei Molking mit der Set Nr. 16 015 mit 2660 Teile, kam auch bei Zegao raus, Set Nr. QL 0959. Da Zegao es ebenfalls auf den Markt gebracht hat, gehe ich von einem Mock aus, konnte aber keine Mock dazu finden. Botanical Garden Mock Nr. 26998 erschien bei Molking mit der Set Nr. 16 019 mit 2147 Teilen. Market Street bei Molking erschien unter der Set Nr. 16 020 mit 3016 Teilen, handelt es hierbei um eine massiv abgewandelte Version der Lego Market Street. Deswegen habe ich jetzt hier keine Lego Nummern angegeben, weil es doch ziemlich krass weit weg ist vom Original. Ob es sich hierbei allerdings um einen Mock handelt, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht ausfindig machen. Channel Amsterdam Moldking Set Nr. 16 021 mit 3770 Teilen erschien auch bei Rael unter der Set Nr. K88. Da es hier ebenfalls von einem anderen Hersteller auf den Markt gebracht wurde, gehe ich auch hier von einem Mock aus. Afternoon Tea Restaurant bei Moldking erschien mit der Set Nr. 16 026 mit 3039 Teilen. Hier konnte ich keinen Mock ausfindig machen. Barbershop in Town Moldking Set Nr. 16 031 mit 2267 Teilen. Auch hier konnte ich keinen Mock ausfindig machen. Wieder ein Kaffee. Set Nr. 16 036 mit 2728 Teilen. Der Mock mit der Nr. 45 635. Auch erschienen bei SY. Set Nr. 5208 oder Johan K. 86005. Pub & Restaurant Islet Mock Nr. 53084 ist von Moldking angekündigt worden. Set Nr. 16 042 mit 3992 Teile. Ebenfalls wurde dieses Set angekündigt von Johan K. Set Nr. 86008. Der Crane Liebherr ist der Mock 10 12 3. Moldking Set Nr. 17 002 mit 3524 Teilen. Der 4 in 1 Traktor mit der Set Nr. 17 019 mit 2596 Teilen. Ein weiterer 4 in 1 Traktor mit der Set Nr. 17 020 mit 2716 Teilen. Dazu gibt es den Anhänger Set Nr. 17 021 mit 3098 Teilen. Das Desert Racing Set Mock Nr. 18 12 bei Moldking erschienen unter Set Nr. 18 001 mit 314 Teilen. Der RC Buggy Mock Nr. 19 517 erschienen bei Moldking unter Set Nr. 18 002 mit 1912 Teilen. Monster Truck Mock Nr. 26 27 8 bei Moldking erschienen unter Set Nr. 18 003 mit 1670 Teilen. Auch erschienen bei Happy Build unter Set Nr. XQ 12 1212 D. Der Gold Diamond Buggy. Set Nr. 18 004 mit 1103 Teilen. Erschienenes Original ursprünglich bei Lego unter Set Nr. 42 099. Silver Flagship Offroad Mock Nr. 24 12 bei Moldking erschienen unter Set Nr. 18 005 mit 2013 Teilen. Der Rebel Tau Truck Mock Nr. 35 35 bei Moldking erschienen unter Set Nr. 18 006 mit 1507 Teilen. Der Pneumatik Crane Truck Mock Nr. 88 00. Set Nr. von Moldking 19 002 mit 8238 Teilen. Mercedes-Benz Aerox erschienen ursprünglich von Lego. Set Nr. 42 043. Es gibt eine Lippin Kopie 20 005, eine King Kopie 90 005, eine Lion King Kopie 18 007 sowie ein Moldking Bordant Set Nr. 19 007 mit 2819 Teilen. Anti-Tank Mizzle bei Moldking erschienen unter Set Nr. 20 001 mit 1600 Teilen. Die Nebulon Mock Nr. 5083 bei Moldking erschienen unter Set Nr. 21 001 mit 5724 Teilen. Bei der 1024 dürfte es sich um den Mock 39 28 4 handeln und nicht um eine Lego Kopie. So genau bin ich mir bei dem Mock allerdings nicht so sicher, weil ich so keine Angaben fand. Und ich musste jetzt ja wirklich, es gibt wahnsinnig viele Mocks von diesem Ding da und ich musste wirklich Steine vergleichen, um sicher zu gehen, um welchen Mock es sich genau handelt. Bei Moldking ist das Set erschienen unter Set Nr. 21 003 mit 2905 Teilen. Peppy Onkels ganzer Stolz. Die Eclipse bei Moldking erschienen unter Set Nr. 21 004 mit 10368 Teilen. Renata Glass Republic Attack Cruiser. Auch hier war es wahnsinnig schwer für mich, den Mock ausfindig zu machen. Ich hoffe, die 0694 ist richtig beim Moldking erschienendes Set unter der Set Nr. 21 005 mit 6685 Teilen. Es gibt ebenfalls eine Lappin-Version davon mit der Nr. 05077, eine King-Version 81 0067 sowie eine Lion King-Version 18 0020. Apollo Spacecraft Mock Nr. 26 457 bei Moldking erschienen unter der Nr. 21 006 mit 7090 Teilen. The Empire of Yedda City Mock Nr. 18 91 6 bei Moldking erschienen unter der Set Nr. 21 007 mit 5162 Teilen. Es gibt eine GZ Lee Version 90 007. Look at the Hulk Star Control Ship. Ein Mock. Definitiv ein Mock, aber welcher? Ich konnte es nicht ausfindig machen unter diesen zahllosen Mocks, die alle gleich aussehen. Beim Moldking ist dieses Set erschienen unter der Set Nr. 21 008 mit 3663 Teilen. Der Sandcrawler Whistful Interior Mock Nr. 12 92 2 beim Moldking erschienen unter der Set Nr. 21 009 mit 13168 Teilen. Das Kolosseum Mock Nr. 49 020 beim Moldking erschienen unter der Set Nr. 22 02 mit 6544 Teilen. Magic Castle hierbei handelt es sich natürlich um Hogwarts. Mit Sicherheit ein Mock, ich weiß nur nicht welcher. Bei Moldking erschienen unter der Set Nr. 22 004 mit 6862 Teile. Erschien dieses Set auch bei einem Anbieter namens Mock Blocks M10 001. Mock Blocks sagt mir allerdings gar nichts. Brandaktuell angekündigt der Mock 58484 Set Nr. 22 006 mit 3086 Teile. Es Himmeji, 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 Himmeji Castle, keine Ahnung wie man es korrekt ausspricht. Die Honda Goldwing Mock 29 38 1 erschien beim Moldking noch nicht, sondern wurde angekündigt mit der Set Nr. 23 001 und soll 1282 Teile haben. Bei Rael gab es ebenfalls ein ähnliches Gebilde, Set Nr. K 113. Ebenfalls angekündigt der Mock Nr. 3535 Motorcycle HZR beim Moldking Set Nr. 23 002 mit 639 Teilen. Racing Motorcycle angekündigt von Moldking mit der Set Nr. 23 005 mit 383 Teile. Handelt es sich hierbei um den Mock 17 24 9. Der Hyperspeed L-Motor Moldking Nr. M0001. Eine verbesserte oder schnellere Version des normalen L-Motors. Brick Separator Blue & Red. Die beiden Hemmer, die seit dem Hogwarts Schloss überall bekannt sind. Moldking Nr. M00016. Ebenfalls angekündigt Set Nr. 10 003, das K 500 Vintage Car mit 868 Teile. Im Übrigen designt und auch autorisiert von Firas Abu Jhabbar. Ebenfalls angekündigt Set Nr. 10 005, der Mock mit der Nr. 22 930 mit 825 Teile. Ebenfalls erschienen bei Xingbao unter der Set Nr. XB 03010. Ebenfalls autorisiert und designt bei Firas Abu Jhabbar. Silver Cloud Set Nr. 10 006 mit 1096 Teile. Popup Heart & Ring Box Mock Nr. 22 083 Moldking Set Nr. 10 008 mit 758 Teilen. Die Zuschauer haben aufgepasst und mich darauf aufmerksam gemacht, dass es zu jedem Zugset auch einen Anhänger gibt. Die darf ich natürlich nicht außer Acht lassen. Wir fangen hier an mit der Set Nr. 12 001 CX mit 1009 Teile. Der Enio 2 Diesel Lokomotiv Anhänger. Ebenfalls ein Anhänger Set Nr. 12 002 CX mit 838 Teile. High Speed Rail Dining Car Anhänger. Ein weiterer Anhänger Set Nr. 12 003 CX mit 608 Teile. Gondola. Angekündigt Set Nr. 12 009 mit 1809 Teile. Rainway Signal Tower. Ein stibitzter Mock und ja, hierbei handelt es sich definitiv um einen geklauten Mock, weil ich vor kurzem die Ehre hatte, mit Nero Sephiroth zu kommunizieren, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Moldking eben seinen Mock geklaut hat. Das Sturmgewehr QBZ 95 Set Nr. 14 005 mit 787 Teile. Angekündigt ein weiteres Modular Coffee mit 3430 Teile Set Nr. 16 004. Ein weiteres Café, gefühlt gibt es in der Zwischenzeit Milliarden von Kaffeehäusern innerhalb der Modular Serie, ist Kaffeehaus Set Nr. 16 008 mit 3103 Teile. Die Hongkong Straßenbahn Set Nr. KB120. Ein lizenzierter Mock mit 2528 Teile. Wer weiß, warum Moldking hier bei diesem Set ein KB vor die Set Nr. gesetzt hat, möge mir das doch bitte in die Kommentare schreiben. Angekündigt der Mock von Zero Brick mit ungefähr 3100 Teile. So genau steht es noch nicht fest. Der G63 6x6 so brandneu, dass es von Moldking noch nicht mal eine Set Nr. gibt. Der Racing Truck mit der Set Nr. 13 15 1 wird auf der offiziellen Facebook Seite von Moldking angekündigt. Er sieht aber auf den ersten Blick komplett identisch aus mit dem Racing Truck mit der Set Nr. 13 15 2. So genau weiß ich es nicht. In meinen Augen handelt es sich hierbei einfach nur um einen Zahlendreher und das Set Nr. 13 15 1 gibt es gar nicht. So, das war jetzt erstmal das letzte Video dieser Reihe. 3 Videos, insgesamt 180 Sets, die bei Moldking erschienen sind oder noch erscheinen werden. Was in Zukunft noch auf uns zukommt, was Moldking so noch auf den Markt schmeißt, ob Moldking so wie andere Hersteller in Zukunft den Namen ändert und so weiter und so fort. Das liegt noch alles in den Sternen. Wer bis zum jetzigen Zeitpunkt, also wer alle drei Videos gesehen hat und sagen kann, hey Dosten, da und da fehlt noch dieses und jenes Set oder hier oder da ist ein Fehler drin, bitte in die Kommentare. Im Teil 4, der irgendwann in Zukunft erscheinen wird, vorausgesetzt Moldking bringt genug Sets auf den Markt. Um ein Video zu füllen, werden dann die Fehler behoben und ausgemerzt. Weiter geht diese Reihe hier mit den Sets der Firma Happy Build. Happy Build ist ebenfalls so ein kleines Problemkind. Ich dachte auch bei Happy Build, das wird schon so viel haben die nicht, aber die haben auch einiges auf den Markt geschmissen. Und zu allem Überfluss haben sie auch noch verschiedene Namen auf den jeweiligen Kontinenten da durchzublicken. Ist nicht ganz einfach, aber ich arbeite dran. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler bis zum nächsten Mal. Eierdosten und baut was Schönes. Eierdosten und baut was Schönes. Eierdosten und baut was Schönes.